So, für die Leute, die jetzt nicht unbedingt den Kompletismus hier sehen wollen, können gerne ja Folgen skippen oder so. Ähm. Ich hätte aber tatsächlich gerne die Sachen alle. So. Ne, wo ich mal gesagt habe, jetzt hier, ne, muss ja, ne, muss man ja mal sein, ne. Ich muss auch mal was wollen hier. Auch mal was wollen und auch sagen, ne. Okay. Jetzt muss ich erstmal wieder nachdenken. Okay, sagen wir mal, die da oben, die obere, äh, äh, Thief-Dings haben wir schon. Das war, da ist die Truhe. Müssen wir die anderen trotzdem noch finden. Das heißt, wenn wir von hier aus geradeaus gehen, kommen wir da die Treppe hoch. Höp. Hallo, na? Ach so, der geht auch da hoch, oder was? Ach, komm. Und höp. Ach, du bist viel zu langsam. Tö, 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 tö. Mhm, 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 mhm. Ich finde das verwirrend, weil ich echt nicht weiß, wo wir langen müssen dafür. Aber wir haben da... Ist es ganz oben denn die Rose, oder ist... Oh, wir sind ziemlich weit weggesprungen da. Naja. Hm. Ich sehe sie halt nirgendwo, ne? Müsste ja aber hier irgendwo sein. Sie kann ja nicht... Oh, ich weiß es nicht. Hier an der Kante. Hier an der Kante irgendwo. Äh. Müssen wir nochmal genau suchen. Äh. Oder müssen wir da ganz irgendwo nach oben? Und die Sachen sind ganz oben drauf. Ich finde, das sieht zwar so aus, aber wie kommen wir denn ganz nach oben da? Vielleicht hier rüber irgendwo. Glaube ich zwar nicht. Aber wer weiß. Und da ist ja auch zu. Können ja auch nicht einfach springen hier. Also nicht rüber. Das meine ich damit. Können fallen. Das können wir gut. Also es muss irgendwo eine Treppe ganz nach oben geben. Ähm. Oh shit. Hä, waren wir hier schon mal? Da. Hier waren wir noch gar nicht. Haben wir es noch gar nicht gebrochen? Was zur Hölle? Hier waren wir noch gar nicht. Tadaa. Gibt es hier nicht irgendein Versteck? Irgendwo. Locked. Ach komm. Hier waren wir noch gar nicht. Ohne Scheiß. Hier waren wir noch nicht. What? Wie können wir uns denn... Wie haben wir das denn geschafft? Noch nicht hier... Hier gewesen zu sein. Soll mich nicht stören. Finde ich gut. Aber... What? So eine Rose fehlt glaube ich noch. Sollen wir das essen erstmal hier? Food. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Ich sehe nicht viel. Oder von der Menge. Ach was. Ach was. Äh... Food. Close. Zack. Wir alles sammeln hier. Alles sammeln. Erstmal durchgucken. Wo soll es die Rüstung geben? Hier irgendwo. Die Rose. Oh, was war das? Also versteck. Okay. Aber nun versteck. So, wer ist das? Mysterious Stranger? Ist er das? Yes. Mysterious Red. Why are you hiding your face? You have nothing to fear, Mouse. Not from me. It was you who left me the key? Aye. You seem disappointed. The message was written in Meridian. Why? Uh, precaution. What do you mean? Few of the guards can read at all. None of them can read Meridian. But you can. Something I picked up as a pub. I know. Know the enemy. Know thy enemy. Isn't that what they say? Just tell me your name. Sing something. Very well. Just keep it short. Aye, aye, aye. The main wouldn't sing. Sing the poison cup For to bear it I demand Bark the baron from his throne To the maiden down below Oh, please, Mare my love Do as acts It matters not You need not Mean it you Do not Pleaded the Minstrel To his Doe But the maiden Wouldn't sing And her silence Grew so loud That the clamor To chastise Her rose Like thunder Through The crowd Oder so ähnlich It's a fine song But to me It sounds unfinished It's still being written I don't know yet How it ends I see Perhaps I can have you With that Here Was is a latke Latkes Small figures Carved by every mouse Buck To commemorate The occasion Of his marriage And the birth Of his children Latkes Are made In wood Or stone And stained With lime Time to prevent Represent the living And ash To commemorate The dead Often carried At the waist In a small purse Latkes count Among a buck's Most precious Belongings I believe that's yours Thank you Yes Someone you care for Mara my wife I hope perhaps She'd be here But I saw the black latke In your pouch My son I'm sorry Truly Mara I can Help you Find her How I have my ways And in return I need you to get Something for me Very well Very well Good I'm Silas Let's get started So how do you Intent to find Mara All arrests And prisoners Transfers to the Region Have to be Registered At the nail Juver Citadel The regional headquarters Of the Red Empire Juver Citadel Dominates what once Was the capital Citadel of the Kingdom of Meridia Known colloquially As the nail It's from this Stronghold That the Red Guard Has brutally suppressed Any signs of revolt Among the most Population It'll take some time To get my message To Juver But they'll know Where Mara's Being held Fetch me a Scab beetle From the cage Over there Gleich Wenn ich erstmal Rausgefunden hab Wo ich hier noch Was finde Was ich brauche Hier ist auch noch Hier ist schon Ah ja Okay Warte mal Hier könnten wir gleich Bündig werden Mit der Rose Vielleicht Es geht noch höher Wie nice Also der Candlehead Hat auf jeden Fall Der Vorteil Dass er uns Sachen erhält Aber wir können Nicht sprinten Mit dem Speichern Da war noch Eine Fortune Oh ich hab schon Wieder den Namen vergessen Future Card Ach keine Ahnung Fortune Fade 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 war das Wort Beetle Ecks Sollten wir die holen Waren das wirklich Ne das waren die noch nicht Wir sollten ja den Käfer Rosen Rosen Brauche ich gerne Hab ich Was ist das Ach sind vielleicht schon mal Sachen die wir für ihn holen sollen Oder was Wäre nice Empty Okay Burn Burning of the red paw Burn 13 banners Geht doch Ich dachte schon Wohin Vielleicht ist das möglich Oh Gott Ich kann nicht rennen Ein großes Problem Den stört niemand Den stört Ist egal Ich frag gar nicht Okay es kann sein Dass das Rüstungsteil In der Haupthalle Unten ist Aber die Rose Werden wir bestimmt Hier draußen finden Da bin ich mir fast sicher Ah Helligkeit Ist das schön Achso ist genau In die andere Richtung Wo gibt es die Rose Irgendwo hier Vielleicht Oder weiter unten Dann Aber was I don't know Ich möchte jetzt auch Natürlich auch nicht Springen Also nicht runter Ah nice Gucken wir uns selber mal genau Ein bisschen an Ich nehme mal einen anderen Hut wieder Achso Unsere ist besser Ne Ja Gucken mal Was wir noch ausrüsten könnten Was vielleicht besser ist Eigentlich haben wir schon mal gar nicht so schlechtes Equipment Ah Give beetle to Silas A key to Silas cart Den haben wir natürlich nicht Silas Hier ist die beetle I saw I saw The rope And pulley You have set up Over By the beetle Gage Was I use it to bring up supplies from the garden You can use it as a shortcut back to the courtyard I'll keep that in mind If you don't trust me there's always the stairs Here is the beetle Is something wrong Everything's fine What could be wrong You didn't let the rest of us Was then scap beetles A horn flying beetle native to the eastern equatorial region In the wild the scap beetle lures its prey by mimicking the mating call of other beetles The signal guards of the red paw uses this ability to send messages across great distances Encoded is a series of tabs and clicks that the scap beetle learns and repeats The bond between the signal guard and his scap is extremely strong The beetles having been reared from larvae by their handler As I saw what happened I was just curious to know if you admitted to it Why didn't you warn me You should have been more careful Anyway they are likely Not go far Just keep a lookout for them While you're about to keep eye will Godspeed little one Goodspeed little one How long will the journey take Farewell scap Fly through Ah it's not what that So the mess is on its way to Yuva Alright then What is it that you need from me Beneath this keep is a warren of ancient tunnels There's something down there Something I need you to find Why me The roof caved in years ago Only a mouse can squeeze through The mice in the holding cells Did you ask them Their dangerous is too unpredictable I wouldn't trust them And neither should you But you must be exhausted You should get some sleep Do you think I have time for sleep There's time enough I need you well rested and alert You get caught Or killed And this has all been for nothing Oh cool Take my card I'll keep watch Alright then I couldn't sleep I know it's difficult But you must sleep Okay Echt? Wollen wir Nee, wir wollen noch nicht schlafen Find ich Aber wir können mal gucken Ob wir Loot finden Wie klauen wir Sachen hier Natürlich Wir sind im Haus Wohl rassistisch, ne? Courtyard Map Nice Haben wir doch schon Gekauft für eine Milliarde Äh, wie heißen die? Florens? Ladder Trapdoor Apple Bottle of was Woodlocker I can't pick this lock Chamberpot Ja, schlafen möchte ich eigentlich noch gar nicht Hm Nö Ah ah Keine Chance Tut mir leid Ride Safe Yes Bottle of was